Wer war früher euer Vorbild? Mein Vorbild war Tomasz Rosicki. Der hat ja auch bei Dortmund gespielt, ein paar Jahre. Mich hat einfach seine Art und Weise fasziniert, wie er Fußball spielt. Einfach dieses Freier auf dem Platz zu sein. Einfach die Art und Weise, wie er Fußball spielt, das hat mich einfach inspiriert. Ich wollte dann natürlich ein bisschen was nachahmen von ihm auch. Und deshalb ist er mein Vorbild gewesen. Ja, mein Vorbild war Ronaldinho früher, als er bei Barcelona gespielt hat. Und ja, habe ich immer sehr gerne angeschaut. Mein Vorbild war sie dann.